Was soll denn das Zeichen eigentlich aussehen? Ich glaube, das muss so sein. Warte mal, das muss so. Oh, nein, nicht. Ich glaube, dass das so stimmt. Guck mal, ich habe zwei Ringe hier. Da fehlt ein Teil. Ja. Oh, fertig. Wir haben einen Echt-Silber. Was braucht man da eigentlich? Okay, das ist einfach nur durch. Okay. Scheinbar fehlen Zutaten. Wir haben gefunden, ein zerbrochener Dolch. Warum blinkt das hier? Hat der noch irgendwas in der Hand? Muss man das vielleicht hineinsetzen? Nein, vielleicht. Tipp, sag uns... Tipp sagt... Ich glaube, wir sind schon fertig. Ja, da können wir die Zutaten noch machen. Lieber Professor, ich lasse die Spieluhr hier. Ich muss zurück zum Zentrum der Erleuchtung, da ich dort die Walze vergessen habe. Ich treffe sie so bald wie möglich bei der Ausgrabung Thomas. Was ist das schon wieder? Es fehlt einer Walze. Also es gibt noch so viel zu Kleinigkeiten, ne? Oh, wir haben ein Wimmy-Bild. Wir brauchen jetzt die Handschuhe. Können wir noch im Skelettingos noch sein. Und ein Meißel. Wo ist da eine Meißel? Da ist sie. Eine Postkarte. So. Jetzt haben wir aufgeräumt hier. Wir haben eine Spurwalze gefunden. Jetzt gehen wir nochmal... Warte mal, wir können das jetzt auch machen. Dann sind wir jetzt auch schon fertig mit dem Raum. Da brauchen wir jetzt nichts mehr machen. Wir haben gefunden eine Farbe. Ich weiß zwar nicht wozu. Was kann ich da einfallen? Oh, guck mal, das hätte ich schon vergessen. Ah, wir haben einen Aufzugschlüssel gefunden. Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Oh, so genau muss das jetzt auch nicht sein. Waren muss ja. Boah. Das war jetzt echt schwer. Vormal habe ich den Globus versteckt. Wachs sollte leicht zu finden sein. Rot, gelb, blau. Warte mal. Wir haben gefunden eine Globus-Figur. Soll es jetzt mal komplett zurückgehen? Ich glaube, wir sind fertig. Noch irgendwas Wichtiges? Nein, warte. Das wollte ich gar nicht. Ich wollte zurückgehen. Oh, ein Wemmebild. Na dann, los geht's. Tinte. Was? Overalls. Ausweis. Scheinwerfer. Fertig. Das geht heute richtig zügig. Wir haben gefunden Wachs. Da bin ich schon fertig. Da, glaube ich, muss ich jetzt nichts mehr machen. Ich muss auf jeden Fall zurückgehen. Komplett. Gehören wir nicht. So. Warten sie jetzt nochmal. Achso, ja. Da muss man wirklich... Ich bin wieder... Ich bin falsch gegangen. Ich war richtig. Ich war richtig. Und noch einmal. So. Wir gehen durch. Gehen rauf. Gehen nochmal rauf. Das ist der Globus. Bewege ich super da in langen Wasser. So dass alle Bucht nur einmal durchquert. Ich bin함. Assam. Ich lege die Ligaen an. Ich lege die Ligaen an. So, wo muss ich nochmal das Zeug bringen? Brainstorm, jetzt wird's mir echt schon zu viel. Lieber Tiff, bitte zeige ich mir den Weg. Da kann ich gehen. Gut. Ich müsste ja jetzt da durch eigentlich, weil da müsste ich die Farben mischen, oder? Ach, ich geh jetzt da mal vorbei. Kann doch nicht durch. Bist so gemein. Okay, bisschen weiter rauf. Ich lege gerade, wo ich das jetzt nochmal machen muss. Das muss ich auch einsetzen. Ist das nicht da irgendwo da drin? Da waren solche Formen, die musste ich einsetzen. Nein. Also, jetzt sind wir fertig. Jetzt sind wir auch fertig. Da brauchen wir nichts mehr machen. Okay, da brauchen wir nichts mehr machen. Da brauchen wir auch nichts mehr machen. Ja, wusste ich. Ähm, müssen wir mal in den Keller gehen. Gehen wir mal in den Keller. Oh ja, schön. Ah. Ah. Es ist eine Stunde, seit ich ihn gesehen habe. Er war so wunderschön. Er war so wunderschön. Ich bin wirklich Angst. Sag ihm, dass ich ihn sehe. Wir können es trotzdem nicht machen. Hier haben wir den Keller. Ja. Die Form gehört halt nämlich hier hinein. Jetzt haben wir es endlich. Endlich. Ich danke Gott dafür. Was muss ich dann reinschütten? Oder wie sehe ich das? Nein, dachte ich mir schon. Jetzt setzen wir mal den Drachen ein. Oh, ein Webelbild. Na dann auf Fluss geht's los, ne? Was braucht man das? Was mit da jemandem? Gibt's aber noch mehrere. Ne? Ja. Ein Stift. Wie muss ich da jetzt anmalen? Na, machen wir mal weiter. Ah ja, stimmt. Wien muss ich da jetzt anfabeln? Ja okay. Ah. Nein. Ein Baum hier oben. Wozu habe ich jetzt die Stifte? Ach so. Okay, das fehlt aber noch. Eins fehlt noch. Da ist der Stift. Und eine Spinne. Boah, Spinnen. Bitte weg mit dem. Wir haben gefunden eine sogenannte Kühltasche. So. Den Drachen jetzt jemand einsetzt. Ich bin neugierig, was da drinnen ist. Sehr schön. Jetzt wird uns noch eins. Wir sind auch schon fertig. Wir haben gefunden Farbstoffe. Stimmt, wir haben keinen Stil. Das ist blöd. Aber wir gehen jetzt zurück. Nochmal da runter. Nein, das war's nicht. Warte, ich will da scharieren. Ach, komm schon. Wo mache ich da nochmal die Chemikalien? Ah, hier. Ja, wie bringe ich denn jetzt in Bewegung? Gute Frage. Lieber Team, kannst du mir sagen, wohin ich muss? Weil ich habe da so viel Zeug bei mir. Ich wollte mich nach Niemes. Was mache ich jetzt? Ich bin da mit Kühltasche. Ich muss mir jetzt mal einen Tipp haben. Ich habe so viel Zeug, dass ich schon gar nicht mehr weiß, was ich damit machen soll. Lieber Tipp, sag jetzt nicht, wir müssen was? Durch den Wald? Was machen wir da durch den Wald? Lieber Tipp, kannst du mir genau sagen, wohin? Ja, wir haben, wir haben, wir haben das letzte Stein. Okay. Und jetzt, ähm, stellt sich die Frage, soll ich... Jetzt müsste ich das Ganze einmal, äh, mischen und so, ne? Jetzt auch mal runter. Lieber Typ, kannst du mir sagen, wie man das Zeug hier abdreht? Ja, ich find da nichts. Ja, ich hab das hier. Das müsste ich schmelzen. Jetzt müsste ich mal das ganze Zeug einmal mischen, ne? Also, lieber Typ, sag mir bitte, wo ich da jetzt mischen kann. Typ, sag da unten. Warum jetzt? Lieber Typ, sag mal, wo eigentlich? Das habe ich ja vor... Das ist besser. Ich brauche das Licht auf meinem Seite. Ah, jetzt haben wir das ganze Zeug. Wir haben hier das hier. Wir haben das hier. Wir haben Wachs, natürlich. Wie erzeugt ihr Kerzenrezept, mische die Farbstoffe in den richtigen. So, das ist... Rot, weiß, blauer. Scheiße, ich weiß das gar nicht mehr. Okay, da muss ja drei, plus das ergibt das. Okay, wir müssen jetzt die Farben mischen. Nein. Rituale Farbe. Es muss irgendwo stehen. Ich weiß es ganz genau. Okay, das ist Dift. Kapier ich jetzt nicht. Das ist jetzt mal. Das ist Dift. Das ist Dift. Wie ist Dift? Das ist Dift. Das ist D jump. Au, ich weiß nicht. Das ist Dift. Das ist Dift. Ach so. Rot. Gelb. Rot und Gelb wird passen. Das mein...